Hey Schorsch Leute, hier habt ihr mich ja schon lange nicht mehr persönlich gehört, wa? Ich meine nur so, falls ihr es nicht mitbekommen habt, weil... Es sind immer noch 16.000 Abonnenten auf diesem Kanal und ich wundere mich immer noch, wieso dieser Kanal so viele hat. Und mein neuer, wo ich täglich hochlade, im Grunde nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht haben es einige von euch nicht begriffen. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich lade dieses Video hier nochmal hoch, um vielleicht nochmal klarzustellen, so... Äh, Leute, nur mal so, ihr habt anderthalb Jahre Let's Plays von mir jetzt verpasst. Link unten in der Beschreibung und für diejenigen, die mich hier neu abonniert haben, kann ich auch nochmal sagen, weil sie mich ein bisschen genauer kennenlernen wollt. Ich merke, ich komme mir hier gerade vor wie eine eigene Werbeplattform, aber ich tue es trotzdem. Für diejenigen, die mich ein bisschen besser kennenlernen möchten, jetzt am Sonntag, den 23. müsste das sein. Ja, ich bin immer so verpeilt wie je und je. Der 23.6. um 15 Uhr findet ein Livestream statt. Da werde ich wahrscheinlich mit Pokémon Gold anfangen. Pokémon Blau, äh, ne, Pokémon Rot habe ich nämlich schon gestreamt. Habt ihr nämlich dann auch verpasst, falls ihr mich hier noch nicht kennt. Und, ähm, höchstwahrscheinlich auch mit Kingdom Hearts Chain of Memories. Also ich werde mir da ein bisschen mehr Zeit, denn vorhin nehme ich auch so vielleicht zwei Stunden each alles so. Mal gucken, je nachdem wie viel Bock ich habe. Auf jeden Fall wird es nicht schlecht sein, wenn ich weiterhin auf eure Unterstützung hier hoffen könnte, weil letzten Endes, mir fällt echt auf, hier auf diesem alten Kanal sind noch 16.000 Abonnenten. Tot sein können sie nicht, denn die hat YouTube ja bekanntlicherweise ausgemerzt. Von dem her können das, was ich hier habe, nicht wirklich tote Abonnenten sein. Ähm, deswegen möchte ich euch nochmal das, äh, eventuell, weil, überlegt mal. Auf meinem jetzigen, wo ich täglich hochlade, auf dem ich einfach aktiv bin, habe ich 6.000 und hier 16.000. Wo ist der Fehler im rechten Bild? Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. Ich habe mir gedacht, ich lade mal hier wieder was hoch, einfach nur, um euch mal zu sagen, äh, so, äh, ihr habt da schon, äh, anderthalb Jahre verpasst. Der Kerl vermischt euch da höchstwahrscheinlich. Und, äh, ja, ich hoffe, ich kann euch für den Livestream, äh, begrüßen. Und sämtliche Links zu meinem neuen Kanal oder meinem, äh, Livestream-Kanal findet ihr unten in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen, bis, äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.